Was sind die häufigsten Ursachen für Knöchel- und Fußschmerzen? Knöchel- und Fußschmerzen werden durch verschiedene Faktoren verursacht. Beschwerden im Knöchel entstehen oft durch eine Knöchelverletzung oder eine Fußverletzung wie eine Verstauchung oder einen Bruch. Arthritis ist ein weiterer Produzent von Knöchel- oder Fußschmerzen. Metathasalgie, die medizinische Bezeichnung für Fußschmerzen, kann auch auf eine Degeneration der mit dem Knöchel- oder Fuß verbundenen Sehnen zurückzuführen sein. Schließlich kann das Tragen von Schuhen, die nicht richtig passen, Knöchel- und Fußschmerzen verursachen. Knöchelschmerz ist die natürliche Auswirkung eines Traumas am Knöchel. Wenn der Fuß auf unangenehme, unerwartete Weise gedreht oder gedreht wird, kann ein verstauchter Knöchel auftreten. Ein verstauchter Knöchel ist im Wesentlichen eine Verletzung der Bänder, die die Bewegung des Sprunggelenks steuern. Wenn diese Bänder über ihre elastische Kapazität hinausgedeint werden, sind sie gerissen. Nach einer Knöchelverstauchung sind Quetschungen und Schwellungen zu erwarten. Die Unterscheidung zwischen einer Knöchelverstauchung und einer Sprunggelenksfraktur ist wichtig, um die Ursache des Schmerzes zu identifizieren. Eine längere Zeit der Schmerzen und Schwellung des Sprunggelenks deutet normalerweise auf eine Fraktur hin. Ein Sprunggelenk ist gebrochen, wenn die Tibia oder Fibienknochen brechen. Symptome von Blutergüssen, Schwellungen und Schmerzen begleiten eine Sprunggelenksfraktur und tragen dazu bei, dass eine Fraktur nur als Verstauchung diagnostiziert wird. In der Regel sind eine Operation und ein Gipsverband erforderlich, um einen Knochenbruch im Knöchel zu heilen. Arthritis ist eine weitere häufige Ursache für Knöchel- und Fußschmerzen. Wenn die Gelenke des Knöchels ausgefranst oder beschädigt sind, kommt es zu Entzündungen oder Infektionen. Typischerweise entwickeln Sportler und Menschen, die übergewichtig sind, Arthritis, weil sie die Gelenke stärker belasten. Arthritis bewirkt, dass der Fuß an Stabilität verliert, und der Arthritis-Patient hat möglicherweise mehr Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Zudem mit Arthritis verbundenen Symptomen zählen Schmerzen und Schwellungen des Fußgelenks und des Fußgelenks sowie Inflexibilität, und die Behandlung umfasst entzündungshemmende Medikamente zur Verringerung der Schwellungen und Kortisonschüsse. Tendinitis dient auch als Grundlage für Knöchel- und Fußschmerzen. Sehnen sind Gewebe, die die Muskeln mit den Knochen verbinden. Wenn die Sehnen durch Überbeanspruchung gereizt oder beschädigt werden, kommt es zu einer Sehnenentzündung. Normalerweise wird die Sehne empfindlich und schwillt nach einer Verletzung an. Es gibt auch Schmerzen beim Bewegen der Muskeln im Fuß und im Sprunggelenk, die mit diesen Sehnen verbunden sind. Wenn ein Schuh zu eng ist, kann dies den Blutfluss beeinträchtigen und das Wachstum von Knochen im Fuß behindern. Dies kann Schmerzen im Knöchel und Fuß verursachen. Lockersitzende Schuhe bieten dem Fußgelenk möglicherweise nicht genügend Halt und machen ihn anfälliger für Brüche oder Brüche. Schuhe mit hohen Absätzen verursachen auch Schmerzen am Knöchel und am Fuß, da sie den Fuß in einem unnatürlichen Winkel platzieren.